Hallo, grüße euch! Paraguay Live! Ich bin der Pit City. Heute noch nicht mal richtig rasiert. Aber Marga hat es gesagt, du musst den zweiten Teil machen. Also der zweite Teil folgt jetzt. Wir sprechen über die Baumaterialien. Ja, ökologische Baumaterialien in Paraguay. Also bleib dran! Ganz einfach. Später fragen wir auch die Preise. Kein Problem. Hier seht ihr auch andere Steine. Die sind ja halt etwas schwerer, aber für die Isolierung ganz gut. Also reine Keramik. Sehr gute Steine. Ungefähr Kostenpunkt sagen wir 30, 35 Cent in Euro gesehen. So, und hier sieht man halt die sogenannten Tejuelones. Also das kommt aufs Dach normalerweise. Seht ihr, ist auch Keramik. Also da sind ungefähr auch 30, 35 Cent das Stück. So, und hier kommen auch die praktisch Dachzieger. Alles Keramik, also richtig ökologische Bauweise. Und vor allem für sehr, sehr lange Zeit. Vielen Dank auch für die ersten Reaktionen von euch zu den Baumaterialien, die ich in dem ersten Video vorgestellt habe. Ja, vielen Dank. Und wie gesagt, wie immer unten bitte sämtliche Fragen aufschreiben. Grundsätzlich dazu ist Folgendes zu sagen, in so kleineren Städten, ja, gibt es also keine Baulager, die wirklich groß sind. Ja, also man kann es bestellen und es wird ja auch in der Regel geliefert. Zum Beispiel Stahlmatten kann man komplett vergessen, da wird ihr auch in dem Video sehen, dass es alles per Hand praktisch einzeln gemacht wird, ja. In den großen Städten, sagen wir mal Asunción oder Ciudad del Este, auch in dem Großraum grundsätzlich Asunción, gibt es natürlich sowas. Das gleiche betrifft die Betonlieferung, ja. Also die Riesenwagen könnt ihr vergessen, das lohnt sich, wenn man natürlich, was weiß ich, mehrstöckige Bauweise hier verrichtet, wie zum Beispiel in Asunción und in anderen Großstädten. Aber sicherlich nicht bei so kleinen Einfamilienhäusern, ja. Es lohnt sich auch kaum, weil hier einfach die Bodenplatte in sich nicht gegossen wird. Also, da wird ganz anders gearbeitet, deshalb ist es auch viel, viel preiswerter, wenn natürlich der Sackzement, sagen wir mal jetzt bei 10 Euro liegt, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, kreuzbewehrte Bodenplatte, ja, sagen wir mal vielleicht so 24 Zentimeter, so in der Richtung, was das alles kosten würde. Das macht hier keiner, ja. Also in dem Sinne, schaut euch das bitte an. So, und hier haben wir das Eisen, also das ist, das wird praktisch pro Stück, also sage ich mal jetzt auf Meter, letztendlich verkauft. Das sind zwölf Meter, sollten es haben und kosten jener Größe ungefähr neun bis zehn Euro. So, ein Stück, das benutzt man natürlich für die Fundamente. Also hier bei uns in den kleinen Städten gibt es kaum diese Eisenmatten praktisch, die man unten legt, ja. Also es wird mehr oder weniger alles per Hand gemacht. Und hier wird gerade auch an so einem kleinen Überdachung gearbeitet. Sieht auch top aus. Ja, leichte Konstruktion, also von daher, um halt die Baumaterialien hier unterzubringen. Ja, toll, ja. Es ist ja trotzdem so, wie viel der erste ist. Ja, so ist der Stroh. Es ist ja gut, aber es ist ja auch schön. Ja, es ist ja einfach. Nein, es ist ja so, dass wir abhören. Ja, es ist ja so. Es ist also das deutsche Anstädte, ja. Ja, es ist ja so, wie man die Brücke ist. vor pize so und hier natürlich noch die utensilien der darf natürlich nicht fehlen sieht es und was natürlich super ist schaut euch mal diesen hammer ja sieht er nicht toll aus guck mal also da geht nicht kaputt so funktioniert hier das arbeiten so und hier noch ein anderer so läuft das super einfach und super praktisch ja und wie gesagt wir sind mal wieder zu ende von dem video ich hoffe es hat euch gefallen und wie immer sämtliche fragen ja auch verbesserungsvorschläge vielleicht auch sachen worüber ich zum beispiel gar nicht mal nicht mal im leben nachgedacht haben wir sind wie gesagt schon 15 jahr hier deshalb wie gesagt denken wir natürlich nicht ähnlich in kleinster weise wie ihr in deutschland in der schweiz oder in österreich ja deshalb wie gesagt bitte in den kommentaren einfach teilen welche meinung seid ihr denn wollt ihr auch ungefähr so wie die paraguay bauen oder wollt ihr lieber so wie die deutschen mit richtiger teurer bodenplatte zum beispiel kreuzbewehrte bodenplatte würde mich auch interessieren also bis dann bis zum nächsten video macht's gut ciao ciao